Willkommen zurück zu einem weiteren Part hier in Resident Evil Revelation 2 mit mir, dem Rappelzappel. So, wir sind immer noch auf der Spur von Claire und Moira, unserer Tochter. Und wir haben noch die kleine Natalia mit dabei, die ja bei Claire und Natalia auch schon aufgetaucht ist. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, muss ich wirklich sagen. Ich finde es eigentlich ziemlich spannend. Zu erfahren, was da eigentlich jetzt genau passiert ist. Würde mich echt mal interessieren. So, jetzt sind wir einmal außen rum gelaufen. Den Hebel können wir auch nicht bedienen. Aber hier ist irgendwas drin. Oh, Pistolenmunition. Sehr gut. Nimm mal mit, Claire. Hast du was zum Schmeißen? So, hier geht es aber nicht weiter. Barry, kannst du das Ding hier irgendwie wegräumen? Dass wir hier durch können? Ne. Okay, jetzt sind wir also hier drinnen gefangen. So wie es aussieht. Hier gibt es doch keine Rücktür oder irgendwie einen Hinterausgang. Hier können wir auch nichts machen. Sind wir den Weg jetzt eigentlich umsonst gelaufen? Ja, sonst gibt es hier nichts. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Okay, hätten wir uns den Weg eigentlich sparen können. Aber man kann das ja nie wissen. Oh. Wer quietscht da? Okay. Wo sind die Klinik jetzt? Warum bist du denn da jetzt hier gemacht, Kline? Ach, die ist da unten durch. Ach, muss er wahrscheinlich, um die Türen aufzumachen. Ja, ist richtig. Hast du richtig gemacht, Kline. Ich glaube, sie muss das machen. Wegen der Tür. Okay. Okay. Ah, okay. Haben wir einen Stein gegen den anderen ausgetauscht. Und da würde ich aber immer noch ungern runtergehen. Gut, da haben wir nichts. Auf zur nächsten Tür. Jetzt kommen wir ja bald dahin, wo wir Claire und Moira getroffen haben mit der Kline. Ne, ne, also wo wir mit Claire und Moira die Kline getroffen haben. Und wo ist der Teddy abgeblieben? Sie hatte doch einen Teddy. Harry, komm mal bitte kurz. Da gibt es Schuss gerade. Sag, redet mal, wenn die durch eine Tür geht, dann verliert die ihren Stein. Da haben sie ein bisschen doof gemacht. Weil wozu soll sie den Stein verlieren? Wenn man das Spiel neu startet, dann kann ich das verstehen. Aber nicht, wenn man durch eine Tür geht. Das klingt nach dem Hank. Das klingt nach dem Hank. Schadensstufe 2. Okay, alles klar. Was können wir denn da, ähm... Oh, nee, da ist ja schon Schadensstufe 3 drin. Dann nehmen wir das mal raus. Machen wir das mal darin. Ja. Und? Ja. Machen wir das da. Okay. Okay. Okay, der Fahrstuhl hängt. Stinkende Chemikalien. Kannst du die aufnehmen? Danke. Das, äh... Wäre zu bedenken. Ach, da. Das war zum Kriechen. Zeig mal hier, neben dem Klo, ob da irgendwas ist. Mit Moira hatten wir daher was gefunden. Nee. Was? Boah, ey. Barry, komm. Komm schon. Die sind alle weg. Da ist wieder so ein Fliegevieh irgendwo. Wahrscheinlich genau über uns, das Ding. Ja, da oben. Es kommt leer! Was sind das für Viecher? Ist ja ekelhaft. Und nur noch 18 Schuss. Aber hast du nicht irgendwas gelagert hier? Ja, komm. Gebt die mal her, hier. Hier. Hier machen wir noch mehr Flaschen-Action. Haben wir noch eine Flasche übrig? Nee, haben wir nicht. Gewehr-Munition. Sehr gut. Ah, Aufzeichnung eines Bewohners. Ja. Gut, ich mach mal langsam weiter, Freunde. Ich werde hier eine Pause machen, euch das durchlesen. So, Natalia, gucken, ob du hier was findest in den Ecken. Da, da liegt was. Da, da war da was. Genau. So, Munition. Ja, wo ist das? Das läuft zu schnell. Stummewehr-Munition. Da könnten wir durchkrauchen. Von der anderen Seite verschlossen. Na, sehr schön. Ach, das find ich ja sehr beruhigend. Wo ist es? Da kommt's. Boah, Mädel, ey. Oh, da oben ist ein Taler. Den nehmen wir natürlich mit. Okay, da können wir jetzt nicht machen. Gebt mal die Kleine. Kann das mal kurz noch ein bisschen einsammeln. Ein bisschen Gewähr-Munition. Hier, haben wir noch was. So, aber wo geht's jetzt weiter? Okay, den Fahrstuhl von hier können wir nicht bedienen. Barry, du hast die Lampe. Mach mal hier was. Check mal das Ganze aus. Okay, der geht nicht. Wo geht das jetzt weiter? Da waren wir drinnen. Okay, weiter nach oben. Alter. Ist da eine Spannung hier? So, jetzt müssten wir aber auf der Ebene sein. Tut mir leid. Tut mir leid. Entschuldigung. Tut mir leid. Was denn? Von der anderen Seite verschlossen. Sehr gut. Ach, da ist der Hubschrauber abgestürzt. Da ist der Hubschrauber abgestürzt. Stopp! Na, das nenn ich mal ordentliches Einparken. Okay, gut, dass wir hier leiser an die Sache ran gehen. Dachte schon, die wüssten, dass wir hier sind. Ach, ein Stein. Okay. Ja, jetzt sind wir einmal hier im Kreis gelaufen. Ach, nee. Wir müssen jetzt hier lang. Das passiert also mit Ihnen. Super. Nein, jetzt fliege ich auch noch aus dem Spiel raus. Ich habe jetzt total die Übersicht verloren. Ich gehe mal die Magnum. Ich gehe mal, ich gehe mal, äh, 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 hier. Sturmgewehr. Alter. Ey, wie willst du den denn jetzt umlegen? Ach, der hat einen Bohrer. Der hat einen Bohrer. Den müssen wir locken. Den müssen wir locken. Komm, Natalia. Komm, den müssen wir locken. Boah. So, wo war jetzt die Wand? Weiter unten. Ja, komm schon, Kleiner. Komm. Komm. Wo war jetzt die Wand? Ich habe vergessen, wo die Wand war. Den müssen wir zur Wand locken. Komm schon. Komm schon, Natalia. Komm schon, Kleiner. Komm, 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 komm. Komm zu mir. Wo ist die Wand? Hier. Hier müssen wir ihn hinlocken. Wo ist er denn jetzt? Da kommt er. Hier sind wir. Komm. Ja, nicht die. Ah, hat er auch noch falsch gemacht. Scheiße. Alter. Jetzt sind wir tot. Ey, zum ersten Mal hat er uns getroffen. Zum ersten Mal sind wir gestorben in dem Spiel. Wusstest ja nicht, dass der so zielgenau ist, ja? Scheiße, wo sind wir denn jetzt, ja? Ja, komm, Natalia. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Du musst ein bisschen Munition sparen. Okay. Komm, 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 komm. Komm, Natalia. Wir müssen nur darauf achten, dass er mitkommt. Er kommt da. Sehr schön. Komm, Natalia. Ja, komm schon, Kleiner. Ja, komm, komm. Komm, folge mir, komm. Komm schon, komm, 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 komm. Ja, das ist dieser Rodriguez. Der mit der Bohrmaschine. Kommst du? Ja, komm. Ja, komm. Geht mit dir ab. Komm, komm mal hier rin. Ja. Komm, wir können uns jetzt hier rin bohren. Kann nicht so schwer sein, den rin zu locken. Komm schon. Komm schon. Oh, die rin hier. Ja. Oh, ich bin schon. Oh, ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf den Keks. Ja, sich in der Ecke aufzuhalten ist nicht gut. Komm schon, bohr dich einfach hierin, Kumpel. Ja, sehr schön. Ne, wir müssen den umlegen. Wir müssen ihm wahrscheinlich die Bohrmaschine abnehmen. Wir müssen ihn in die Bohrmaschine wahrscheinlich abnehmen. Na, komm schon. Komm raus aus deiner Ecke. Ich weiß nicht, müssen wir auf die Augen schießen? Ich weiß nicht. Er ist tot. Ja, wir müssen ihn in die Bohrmaschine abnehmen. Ja, ja, ja. Ich dachte, wir müssen ihn da hinlocken. Naja. Hätte der eine oder andere wahrscheinlich von euch auch gedacht, dass wir den hier hinlocken müssen. Gibt es die Möglichkeit. Entweder wir müssen den umlegen oder ihn dazu bringen, dass er das Ding aufmacht. Boah. Gut, ich habe schon mal einen Schluck getrunken. Gleich noch nicht, kleckert hier vor Aufregung. Okay, jetzt geht es wieder raus auf die Straße, weil mich nicht alles täuscht. Ja. Okay, da ist der Heli abgestürzt. So, gib mal her hier den Saphir. Boah, ey. Haben wir aber jetzt ja nicht jede Menge Munition verballert. So, gib mal Barry ein bisschen was wieder. Wir können das mal kombinieren. Eine leere Flasche haben wir noch? Nein, die haben wir nicht. Boah, na, das war ja jetzt eine Aufregung gewesen. Aber es gibt ja wirklich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir müssen ihn umlegen und den Bohrer abnehmen oder ihn dazu bringen, dass er das Ding... Welcher netter Mann? Ach. Ein netter Mann. Wesker? Wesker hatte ja auch überall seine Finger mit drin. Ich würde mich hier hinten gerne noch mal ein bisschen umschauen. Ne, hier ist aber nichts. Ja, dann müssen wir doch nach oben. Barry, bist du da? Und nicht mehr der jüngste Mann. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ja, aber hier liegen auch Sterne. Dieser Ort ist anders. Also muss er sich ja verinnert haben seit den letzten Malen, wo sie hier war. Eine Kiste. So. Komm, machen wir auf hier. Okay. Okay, haben wir. Nee, falsch. Ja, sehr schön. Watt haben wir da? Smaragd. Tausend. Mann, da können wir ja wieder eine jede Menge skillen. Wenn es soweit ist. Wenn wir die Sequenz hier abgebrochen haben oder beendet haben. Nicht abgebrochen. Aufzeichnung des klinischen Experiments. 24. Januar 2010. Die Testläufe für das... Was? T-Pobos-Virus sind fast abgeschlossen. Ich wusste, das ist irgendwie so ein T-Virus. Ja, da steht... Okay, wir kommen da hin. Sind fast abgeschlossen. Wir haben die Mortalität des T-Virus verringert. Okay. Mortalität. Hm, verstehe ich nicht. Das T-Virus verringert. Gleichzeitig haben wir die Bedingungen dafür geschaffen, dass das Virus ausbricht, wenn die Testperson hohen emotionalen Stress ausgesetzt wird. Außerdem haben wir die Virenresistenzrate auf unter 2% gesenkt. Alles verläuft nach Plan. Wir haben jedoch nur noch wenig Zeit. Wir sind der Perfektion nahe. Aber wir haben keinerlei Spielraum für Fehler. Ja, ist gut. Barry, was ist mit Licht? Können wir da... Können wir da was kriegen? Bitte. Danke. Gewehrmunition. Sehr schön. Wenn wir von ihr jetzt getrennt werden, dann ist Käse. Oh, da liegt noch was. Ach, guck mal, eine Spielpuppe. Oh, guck mal, da hat die Kleine noch was zu spielen. Abschiedsworte an meinen lieben Vater. Gut. Ich werde euch ganz in Ruhe durchlesen, Freunde. Eine lauter Kritzeleien hier an der Wand. Die Leute hatten noch Zeit, um Nachrichten zu schreiben. Boah, überall diese Gruselpuppen hier. Oh, oh, das sieht aus wie ein Endgegner hier. Oh Gott. Hätte ich es mal nur nicht ausgesprochen. Der zieht aus wie ein Endgegner. Ach du Scheiße. Wir haben doch gerade gegen so ein Vieh gekämpft. Müssen wir, denke ich, mal eine längere Folge machen, Freunde. Aber jetzt, pscht. Sie ist so gruselig. Ich kann sie nicht leiden. Wer? Die Frau hier neben Wesker. Das ist Wesker. Alex Wesker. Zwei Weskers. Willst du mich verarschen? Ich wusste, dass du kommst. Scheiße. Scheiße. Wer ist das? Wesker oder die Schwester? Ey, nee. Jetzt kann doch nichts zu Ende sein. Wir können uns doch jetzt nicht mit dem Wissen jetzt hier einfach sitzen lassen. Nächstes Mal bei Revelations 2. Oh. Moment. Das ist Meuras. Nein. Keine Spur von ihr. Oh. Natürlich musste die Fabrik eine abgefackelte Fabrik sein. Sie war verantwortlich für das Experiment vor sechs Monaten. Nein. Da stehen alle unsere Namen drauf. Nicht verknüpfen. Was haben wir falsch gemacht? Wo ist Meuras? Ja, damit haben wir die zweite Episode jetzt auch beendet. Ich finde es aber nicht gut, dass wir uns mit dem Wissen da jetzt ganz alleine lassen. So, was haben wir denn hier? Erreicht. Zu Tode erschrocken. Okay. Zeitlimit-Modus Episode 2. Freigeschaltet haben wir den Unsichtbar-Modus Episode 2. Finde ich auch nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ach, guck mal. Wir haben jetzt schon 11.570 Skill-Punkte, die wir jetzt frei zur Verfügung haben. Jetzt können wir ja mal kurz durchgehen. Vielleicht finden wir ja irgendwie was Tolles. Für 11.000 müsste der da drin sein. Besser als Genesis. Haben wir noch mal 1.000 dazu bekommen. Okay, hier hat sich einiges geändert. Die Treffer-Genauigkeit haben wir 79,7%. Wir haben einen Neuversuch und sind diesmal in einer Stunde 16 durchgekommen. Ging ja relativ schnell. Ging ja relativ schnell. Aber ich finde es jetzt nicht gut, dass wir uns mit dem Wissen da jetzt alleine gelassen haben. Das finde ich jetzt nicht so berauschend. So, wir können jetzt aber mal kurz noch durchgehen hier. Das können wir mal machen. Machen wir jetzt doch eine längere Folge. Aber ich frage mich, wer das jetzt war. War das jetzt der männliche Whisker, wie wir ihn kennen? Oder der weibliche? Oder ist das auch nur sowas wie ein Experiment? Wir wissen es nicht. Aber ich bin schon mal froh, dass es nicht Hank ist. Wäre ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn er sich auf die Seite geschlagen hätte. Erhöht die zurückgelegte Distanz beim Ausweichen. Ich würde jetzt aber gerne mal ein bisschen was in Kampf nehmen. Oder die Schnellheilung. Verringert die Zeit. Schnellheilung, wäre da auch was verhindert. Geladener Angriff. Halten Sie AT, um einen Nahkampfangriff aufzuladen. Stufe 2, maximale Lade zu 2 Sekunden. Okay. Überleben Sie tödliche Schläge. Boah, das ist ja alle... Das klingt ja alle zu toll. Das klingt ja alle zu toll. Wir könnten hier... Warte mal, schnelles retten. Aber das haben wir eigentlich noch nie gebraucht. Schmackes erhöht die Angriffsstärke von Molras Brecheisen. Wechselschub. Erhöhte Feuerrate für jeden ersten Schuss. Da war da irgendwas gewesen. Komm, wir nehmen mal das hier. Ja, mach das mal. Ich will hier gerne den... Den Wechselschub haben. Und was haben wir hier? Eiserne Reserve. Erhöhte Angriffsstärke. Wenn Ihnen 10%... Okay. Ja, komm, das gönnen wir uns auch mal. Wenn wir nur noch wenig Munition haben, machen wir auf jeden Fall mehr Schaden. Ja, dann haben wir noch 7000 zur Verfügung. Nö, komm, die würde ich noch aufheben. Mit dem ersten Ziegelstein treffen. Ah, 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 ah. Ne, der Themasmann auf... Freunde. Es wird auf jeden Fall spannend weitergehen. Sag ich mal so. Es wird auf jeden Fall spannend weitergehen. Ich denke mal, ich werde jetzt noch eine Runde weiterzocken. Oder erst mal eine Kleinigkeit essen und dann weitermachen. Weil ich will mit dem Spiel ja auch fertig werden. Denn ich habe ja noch andere Resident Evil Projekte. Na, kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ansonsten, ja, was ist jetzt hier eigentlich passiert in der Session? Wir sind mal wieder mit Barry und der kleinen Natalia sind wir auf Reisen gegangen. Um auf die Spuren, ja, von Claire und unserer Tochter Moira zu kommen. Und haben Erschreckendes gefunden. So, wir sind in den großen Turm, sind wir reingekommen. Das haben wir mit Claire und Moira nicht geschafft. Wir sind aber mit Barry und der kleinen sind wir da reingekommen. Und haben Erkenntnis bekommen, dass doch Wesker wieder seine Finger mit dem Spiel hat. Na, dieser kleine Schmierfink hat echt in jedem Resident Evil irgendwo was mitzumischen. Das ist, äh, finde ich nicht gut. Und jetzt haben wir auch noch mitgekriegt, dass das seine Schwester ist. Ja, dass es noch eine zweite geisteskranke Wesker gibt, ja. In weiblicher Person, finde ich schon mega krass. Und wer war jetzt das Monster gewesen? Dass wir uns jetzt hier einfach rausgerissen haben. Wir wurden da jetzt angegriffen und der Part war dann zu Ende gewesen. Und finde ich nicht gut. Also das ist, äh, finde ich nicht gut. Deswegen muss ich auch einfach mal weiterspielen. Gut, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Mir trocknet langsam den Mund aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses schaut, bleibt mir treu und vor allem gesund. Na, und sollte euch das Projekt gefallen, würde ich mich natürlich sehr über ein bisschen Liebe, ein bisschen Feedback unter meinen Videos oder auf meinem Kanal freuen. Und, ja. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich zu den nächsten Episoden hier in Resident Evil Revelation 2 mit mir, dem Rappelzappel. Haut da rein, euer Rappelzappel. Cers. Cers. Cers.